Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy. Du hast nichts zu verlieren. Auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Showtime. Showtime. Hallo, Mr. Marconi. Wären Sie daran interessiert, einen Haufen Müll zu kaufen, der mit veralteter Technik produziert wurde? Okay. Wow. Los, rufen wir bitte Marconi nochmal. Showtime. Ist es wahr, dass Sie Ihre ganze Familie verspeist haben? Er hat wieder hören gesagt. Hm, er windet sich einfach immer raus. Verdammt Marconi. Ich wusste, es ist hoffnungslos. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Kann ich nochmal? Klar. Ich habe nichts zu verlieren. Showtime. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Ja. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na? Was sagen Sie jetzt? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Ich glaube, dass Sie plötzlich mit unserer Einstellung weiterführen. Du fiel das nicht an. Du fiel das nicht an. Du fiel das nicht an. Du bist nichts weiter als ein Abstoßverbot, der auf dem Boden noch herkriegt und Leute zum Herzen. Du wirst dich nie um die Dinge gezählt. Ich habe deine Scheiße so satt. Das war einer zu mir. Ach du, ich will dir so kräftig in den Arsch machen. Okay, also Ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne... Ja. Ich... Was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Sicher. Mal gucken, jetzt müsst ihr abgelenkt genug sein. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach verschwinden würde. Du hältst dich. Ich möchte da jetzt nicht zuhören, sondern ich hole mir einfach hier den Grab... Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist nochmal was anfangen kann. Ich geh dann einfach wieder. Wirklich? Und wenn ich das Delikset jetzt gleich bestelle, legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste obendrauf, oder? Klingt gut. Wunderbar. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das letzte ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn's was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl... Ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet? Und wenn das so ist, dann... will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier. Vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay. Danke, Mann. Wir sehen uns. Cool. Auf zur U-Bahn. Zur U-U-U-Bahn. Und dann auf zu Mels Shop. Wenn du jemals festlegst oder eingesperrt wirst, denk daran. Es gibt immer einen Ausweg der Schlüssel zur Flucht. In jedem Funktionarium. Immer in deinem Inventar. Hier ist so viel Zeug. Sicher, dass du kein Ticket willst? Absolut. Bring mir einfach was von dem Trönen. Vorher brauchst du nicht wieder ankommen. Zeit ist Geld kleiner. Okay. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Nee, falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert. Aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind auf koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für drei Tage aus, wie der Indianer aus Einer flog übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben einem einen guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon neun. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich ein Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Pool-Match in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sag ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf dem Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Das war's? Kein Ass mehr am Ärmel? Ah, hab ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Ah, sorry, aber das einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war Strandleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst ne Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als ne Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet hab? Siehste? Du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt Higgs! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Das ist zu krass. Ich kann den Ring nicht verkaufen. Was ist mit Matt? Er wär am Boden zerstört. Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein. Das ist nicht richtig. Er hat irgendwie witzig an. Du verkaufst jetzt besser den Drecks ein und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer! Ich mach dir das Leben zur Hölle! Komm schon, Randle. Hör nicht auf ihn. Du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Gänze. Schnauze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich! Und wenn du es wagst, zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieße ich dich auf wie ein verdammtes Fleischmälchen! Oh, Himmel! Der Bastard hat eine Mistgabe. Und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert! Jetzt beruhigt euch! Es gibt keinen Grund zu streiten! Ich werd dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made! Verdammte Scheiße! Der Wichser meint es ernst, Randle. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Bisschen. Du Rito gekostet! Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf! Dann mach ich's! Bist du einer von diesen Leuten, die bevor sie wichtige Entscheidungen treffen, müssen kleine Schulterteufel und Engel sehen? Bingo! Und ich mach genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Markjury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja. Schön, dass du's dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Hier, die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich hab keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, Kleiner. Nur einen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola induzierten Halluzination bist. Ich werd einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, äh, naja, wir sehen uns. Okay? Ja, das wäre auch gut. Auf auf der Straße. Und ist Donuts. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Donald Trump hier. Ich bin auf direkten Weg zu einer Privatparty bei Hafner zu Hause. Also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sally! Was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Du musst zu Matt nach Hause kommen. Jetzt! Aber was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen! Verdammt! Ich muss zu Matt und rausfinden, was hier los ist. Auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Genau. Okay. Jetzt... So wie sich das angehört hat, ist bestimmt was Schlimmes passiert. Ich weiß natürlich was. Aber... Ich will es euch... ...nicht erzählen, weil... ...Spider Unruhe. Aber... Ich denke mal, ich würde sagen, es kommt was Schlimmes. Aber... ...was ich so im Trailer gesehen habe, auch... ...was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich komme so nicht zu Metz' Wohnung. Alles ist abgesperrt. Ich rede mir mal mit der Dame, die da steht. Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also... ...das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi! Und Popo! Bäh! Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich! Und blöd! Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, du kleiner Mescal. Ignorier mich einfach. Du stinkst! Äh... Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab! Was? Nein! Warten Sie! Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt jetzt? Egal, ja. Das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal. Ich hab mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich hab sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Hiha! 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 Oh, shit. Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat. Aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie! Okay, okay, okay. Äh, Entschuldigung. Ich würde gern da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Cop da drüben. Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaub nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Dann reden wir doch mal mit dem Hotlock-Verkäufer. Viele hab ich ja eh nicht zur Auswahl. Officer Murray, dein Freund und Helfer. Morgen! Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, schießereien, rumsasierungzeitkomm. Alter! Wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Das sind meine Lieblings-Sagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon. Bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es! Tja. Da ist halt jemand ein Kenner. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauch eine neue Flasche für den Kocher. Warum holst du denn nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal ginge. Aber ich kann den Würstchen fressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Äh, verstehe. Ähm. Aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Copter ist heiß begehrt bei jedem Bastard der Hotdog-Gilde. Wenn ich auf nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich Abe Frohman, der Wurstkönig von Chicago, direkt auf ihn. Ähm, okay. Naja, ich hab ja keine Ahnung. Aber ist hier rumstehen ohne was zu verkaufen nicht echt schlecht fürs Geschäft? Oh, ja, ja. Wenn du das so sagst, klingt das echt blöd. Ich würd sagen, du brauchst sofort ne neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Murrays Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde. Hat Frohman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würd ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt wo wir Freunde sind, kann ich bitte ein Hotdog haben? Tut mir leid, ich hab immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, von Mysterien durchzogene Queste. Oh, jetzt wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter, kennst du Melz?